So, das ist mein erster Bungee Jump von einem Helikopter von 700m über Boden Ein Bungee Sprung von einem Helikopter aus 750m Oh mein Gott Zum ersten Mal den höchsten Weg der Welt in unter 2... Wie hoch können Sie einen Sprungton bauen? Ich habe einen neuen Weltrekord aufgestellt worden Das erste Mal ist jemand von einem 100m Sprunggrad Heute ist die erste bemannte Weltraumlandung gelungen Doch leider wird aufgrund von technischen Problemen die Sonde nicht zu uns zurückkehren können Eine zweite, unmittelbar nach der ersten gestartete Rakete ist leider beim Start explodiert Bist du auch zum ersten Mal?